Leckere Espresso und Cappuccino wie in einem Kaffee mit deiner Siebträgermaschine? Ich zeige dir heute, wie man den Espresso einstellt. Der Margrat sollte als Orientierung die Größe von Zimt haben. Mit einer Waage erzielst du konstante Ergebnisse und wiegst damit deine Bohnen passend für dein Sieb ab. Bei mir sind das 18 Gramm. Jetzt schaue ich, auf welchem Stand sich die Mühle gerade befindet. Ich male das Kaffeepulver in das Sieb, tempe gleichmäßig und ziehe einen Testshot. Mit einem Timer stoppe ich die Zeit. Ich orientiere mich an ein klassisches Brühverhältnis von 1 zu 2 in 25 bis 30 Sekunden. Ich extrahiere also doppelt so viel Espresso, wie ich Pulver einsetze. Nach 18 Sekunden haben wir allerdings schon 40 Gramm in der Tasse. Der Espresso lief also viel zu schnell und schmeckt zu sauer. Die Mühle muss also feiner gestellt werden. Braucht der Espresso zu lange und schmeckt bitter, stellt ihr die Mühle stattdessen gröber ein. Verstellt sie am besten in kleinen Schritten und malt etwas Kaffeemehl durch, damit der alte Margrat aus der Mühle entfernt wird. Jetzt messt ihr wieder eure Bohnen ab und malt sie wieder durch die Mühle. Gleichmäßig verteilen und tempen. Waage drunter und wieder ein Espresso beziehen. Wow, das sieht doch viel besser aus. Der Espresso ist eingestellt. In der Beschreibung verlinke ich euch ein detaillierteres Tutorial. Abonniert gerne den Kanal, um kein Kaffee-Content mehr zu verpassen.